Hallo, ich bin Nico von der Ikonenschmiede und das ist der Kunstverkaufen-Podcast mit Episode 268, dem Kunstmarketing-Podcast, bei dem du als bildender Künstler endlich verstehst und lernst, wie du dich ehrlich vermarktest und deine Kunst direkt und ohne Umwege an deinen Traumkunden verkaufst. Und in der heutigen Episode des Kunstverkaufen-Podcasts erfährst du, was effektive Werbetexte tatsächlich ausmacht, warum Schmerz eigentlich nichts Schlimmes ist und was Amateure dir beim Schreiben von Werbetexten raten, Hürden, deswegen Augen und Ohren auf, denn es geht hier ja auch schließlich um deine Kunst und eins ist sicher, Kunst ist ja auch irgendwie etwas Besonderes, das stimmst du mir bestimmt zu. Deshalb, weil es eben so besonders ist, wird Künstlern wie dir entweder subtil oder doch sehr direkt ans Herz gelegt, etwas ganz Besonderes darzustellen, besonders zu sein und in der Konsequenz auch etwas Besonderes zu erschaffen. Und weil wir etwas Besonderes geschaffen haben oder du etwas Besonderes geschaffen hast, musst du natürlich auch besondere Sprache nehmen. Das wird ja auch irgendwie zur logischen Konsequenz, wenn man die eigene Kunst im richtigen Licht erscheinen lassen möchte. Das Problem ist nur, dass besondere oder clevere Sprache selten verkauft. Tatsächlich so. Great speakers are seldom good sellers, sagte mal Werbetextlegende Claude Hopkins und damit hat er recht, denn er ist der Grund, weswegen du dir die Zähne putzt. Hoffentlich, weil er damals die Werbung geschrieben hat zu der tollen Kampagne von Pepsident. Damals, zu der Zeit, als er eben diese Kampagne für diese Zahnpasta-Firma geschrieben hat, war Zahnpasta mehr so eine Art Kosmetikprodukt. War nicht besonders beliebt und hat sich nicht so oft die Zähne geputzt zu der Zeit. Und mit einer kurzen Werbung hat er eben diese tolle Veränderungsarbeit schaffen können, und zwar die ganze westliche Welt dazu zu animieren, sich endlich regelmäßig die Zähne zu putzen. Und wenn er sagt, great speakers are seldom good sellers, dann würde ich auf jeden Fall mal genauer hinhören. Es muss nicht cool sein. Es muss effektiv sein. Was du als cool wahrnimmst, wirklich das, was wirklich so fancy ist, was auch manchmal bei Apple-Produkten und Apple-Werbung immer wieder auftaucht, nennt sich im Werbetext ein Voice oder Tone of Voice. Man gibt dem Beschriebenen oder den Geschriebenen dem Wort eine Persönlichkeit. Das ist aber der letzte Schritt, wirklich der letzte Schritt, quasi der Sprung auf den Gipfel, kurz bevor man Flagge hisst. Aber wir sitzen noch ganz weit unten auf der Holzbank und ziehen uns gerade mal die Wanderschuhe an. Also Schritt für Schritt. Doch was genau bedeutet überhaupt effektives Werbetexten? Wie kann ich für mich selber entscheiden, ob ich überhaupt auf dem richtigen Weg bin? Effektiv bedeutet zunächst, dass dein Text gelesen wird. Texte, die nicht gelesen werden, können nicht effektiv konvertieren, können nicht den Leser dazu animieren, eine Entscheidung zu fällen, geschweige denn eine neue Perspektive einzunehmen. Was treibt die Leute dann dazu, dann wirklich zu lesen? Neugierde beispielsweise, darüber mehr erfahren zu wollen, denn niemand hat bisher diese Gedankenwelt dieses Lesers so wiedergegeben wie du. Daraus schafft man natürlich einen gewissen Grund auch für denjenigen noch weiter zu lesen, weil wenn jemand so gut die Gedankenwelt wiedergibt, dann wird er sicherlich noch ein bisschen was dazu zu erzählen haben. Vielleicht auch etwas, was man bisher noch nicht beachtet hat. Effektiv bedeutet aber auch, dass du deinen Kunden auf eine Reise mitnimmst. Nicht einfach nur sagst, nimm das mit, gib mir dein Geld, sondern auf eine Achterbahn der Gefühle mitnimmst, die uns am Ende der gewünschten Veränderung dann auch näher bringt. Also Kaufentscheidungen haben immer damit zu tun, einen gewünschten Zustand zu erreichen oder zu bewahren. Und das Gegenstück dazu, der gegenwärtige Zustand, wird hier dann als Referenzpunkt genutzt. Manchmal als sehr schmerzliche Ausgangslage, also den Startpunkt, weil wir brauchen ja auch einen Grund, weswegen wir etwas tun. Wir brauchen einen Grund, weswegen wir Veränderung für uns selber wollen. Aber wenn der Schmerz nicht groß genug ist, dann werden wir wie der Hund, der auf dem Reißnagel liegt, einfach nur jaulen und uns nicht bewegen. Besser gesagt, die Emotionen, die er damit verbindet, der Leser damit verbindet, innerhalb dieses Problemzustands auch erfährt, das ist das, was denjenigen auch erstmal dort abholt, wo er ist und ihm auch dabei den Grund zeigt, etwas zu verändern. Denn er will ja nicht in diesem Problemzustand verweilen. Was die Person tatsächlich fühlt, wenn er an seine gewünschte und gegenwärtige Situation denkt, ist hauptsächlich von einer einzigen Sache abhängig. Der eigenen Interpretation. Das ist ja auch das Schöne dabei. Wir erleben ja die Realität auf unterschiedlichste Art und Weise. Wenn wir spirituell werden oder den Worten von Dr. David R. Hawkins, der Power versus Force geschrieben hat, lauschen dürfen, dann ist unsere Interpretation der Realität immer ein Spiegel unseres Bewusstseinslevels, unserer Ebene des Bewusstseins. Wenn wir ständig wütend sind, dann werden wir das Leben und die Realität, die uns umgibt, durch die Linse der Wut betrachten. Wir werden sehr rigide sein in unserem Framing. Framing, schon wieder solche Begriffe. Wie reagiere ich emotional auf das, was vor mir passiert? Das ist die Frage, die man sich auch manchmal stellen darf, wenn man in die Reflexion geht. Wie können ein paar Worte auf weißem Untergrund oder ein paar Pixel auf einem Bildschirm deine Gemütsruhe ins Wanken bringen? Das ist ja eigentlich die Frage. Warum können ein paar Pixel genau diese Reaktion hervorrufen, obwohl die Pixel dir ja nichts antun? Es ist doch nur Text. Es ist doch nur Foto auf einem Bildschirm. Wie kann das sein? Spannend, nicht wahr? Ja, Pixel auf Pixel haben die Macht, deinen inneren Zustand zu verändern. Dir vielleicht sogar ganz, ganz negative Emotionen mitzugeben. Dich Dinge fühlen zu lassen, die nicht so toll sind. Aber auch andere Dinge, die wirklich, wirklich positiv sein können. Zum Beispiel die Nachricht deiner großen Liebe, die E-Mail von deinem nervigen Chef, die Voicemail deines besten Freundes. Nachrichten, Rechnungen, E-Mails, Beiträge. Doch was verleiht ein paar Pixeln die Macht, deinen inneren Zustand zu beeinflussen? Hast du da schon vielleicht eine Vermutung? Vielleicht einen Gedanken? Denk mal zurück an deine Zeit, dass du vielleicht auch etwas gelesen hast, das dich komplett in Rage versetzt hat oder das dich zu Tränen rührte. Darüber und natürlich noch viel mehr werden wir uns heute unterhalten. Aber bevor wir dazu kommen, habe ich drei Dinge anzukündigen. Ich weiß, ein langes Intro, aber es ist notwendig. Denn der erste Punkt ist meinen Akademiemitglieden gewidmet. Die Community Social Call Events sind wieder eingestellt worden für den nächsten Monat, für Norddeutschland, Süddeutschland und Schweiz-Österreich. Dazu bitte in die Community schauen und sich dann im jeweiligen Beitrag den Platz sichern. Die Plätze sind wie immer limitiert, also schnell handeln. Nummer zwei ist für jeden, der hier zuhört. Interessant? Wahrscheinlich interessant. Naja, eigentlich nicht für jeden. Punkt drei ist für jeden interessant. Nummer zwei ist nur für diejenigen interessant, die sich vielleicht für die Kunstmedia-Akademie interessieren, aber noch mehr Informationen wollen. Und zwar aufgrund der hohen Nachfrage weiche ich von meiner ursprünglichen Entscheidung ab und veranstalte nun doch jeden Monat eine Online-Info-Veranstaltung, wo du alles über die Akademie erfährst und mir auch noch live Fragen dazu stellen kannst, weil ich bin mir sicher, es sind noch ein paar Fragen offen und online da sich irgendwo einzuschreiben für etwas oder sich zu bewerben, das kann schon mal mit gewissen Zweifeln und Skepsis begleitet sein und das kann ich absolut nachvollziehen. Deswegen möchte ich transparent, so transparent wie möglich sein, dir gegenüber und dir die Möglichkeit geben, mir auch live dann Fragen zu stellen. Wenn du dazu mehr Erfahrungen erfahren möchtest, geh einfach auf ikonenschmiede.de, denn die nächste Info-Veranstaltung findet am 8.10. statt, also diesen Samstag um 13 Uhr für ca. eine Stunde. Gehe dazu einfach auf ikonenschmiede.de und klick da oben auf den blauen Banner mit der Aufschrift Unentschlossen, Fragezeichen, registriere dich für unsere kostenlose Info-Veranstaltung und melde dich einfach an, falls du Interesse hast, mehr über die Akademie zu erfahren. Und Nummer drei ist ein kleines Projekt, das wirklich für jeden interessant sein könnte und dieses Projekt möchte ich dir widmen, wirklich dir. Also wenn du jetzt zuhörst, dann wird das für dich gedacht sein, denn in schwierigen Zeiten braucht man auch manchmal so einen beherzten Tritt in den Hintern. Ich kenne das selber, gerade wenn man beginnt mit der Selbstständigkeit, man hat so diese ganzen Träume und Wünsche und dann kommt auf einmal die Arbeit auf einen zu, ist ein bisschen überfordert, naja, jemand will was von einem und da will jemand was von einem und auf einmal hat man die Baustelle und die Baustelle und man hat irgendwie das Gefühl, jeden Tag irgendwie nur irgendwelche Feuer ausmachen zu müssen und da wäre es doch eigentlich mal ganz gut, wenn da jemand kommt, der einem wohlwollend die rosa-rote Brille absetzt und zeigt, wie man ohne ständig zu stolpern den Weg auch verfolgt, der für einen bestimmt ist. Und dabei möchte ich dir helfen, jetzt nämlich in diesen schwierigen Zeiten, da möchte ich dir helfen, den Fokus beizubehalten und dich bei deiner Transformation auch zu begleiten, diese ständige Transformation zu begleiten, denn ich habe in der letzten Zeit, auch in den letzten Jahren, immer wieder diese ganzen limitierenden Glaubenssätze miterlebt und auch erfahren von hunderten Künstlern und kann daraus eben schöpfen, um dir dabei zu helfen, einen neuen Blickwinkel, einen neuen Blickwinkel für dich selbst und deine Selbstständigkeit auch zu finden und weil ich das alleine eben nicht für hunderte machen kann, in Person hatte ich mir überlegt, dass ich ein kleines Projekt starte. Ich möchte dir nämlich diese Überforderung nehmen, damit du entschlossen deine Ziele verfolgen kannst und das sind die sogenannten Ikonenschmiedetapes. Es wird ein 30-Tage-Mindset-Tape geben, bestehend aus 30 Audiodateien, die dir dabei helfen werden, deine persönliche Einstellung, deine persönliche Philosophie oder wie viele auch sagen Mindset, dann so auszurichten, dass der Kunstverkauf auch zur logischen Konsequenz wird. Denn wir müssen erst die Person erschaffen, die in der Lage ist, all das zu schaffen, damit dann im Vorbeigehen diese Ergebnisse auch möglich werden. Wir werden konkret, du wirst an deine Grenzen gehen, du wirst Veränderungen erleben und du wirst aufgeben wollen, aber ich werde dich davon abhalten. Ich schöpfe dabei, wie gesagt, aus zahlreichen Gesprächen mit hunderten Künstlern und zeige dir ganz genau, wo ein Perspektivwechsel ganz, ganz nötig ist und wo kleine Veränderungen, schon große Ergebnisse, schon große Veränderungen auch im Äußeren mit sich bringen können. Das Programm besteht aus, wie gesagt, 30 Lektionen, 30 Audiodateien und das wird es für 79,95 Euro geben. 79,95 Euro, treue Hörer dieses Podcasts erhalten, dieses speziell für Künstlerinnen angefertigte und für Künstler natürlich auch angefertigte Programm für 24,95 Euro. Also weniger als 1 Euro pro Einheit. Das ist, denke ich, ein ganz gutes Angebot, gerade für den Anfang, aber natürlich nicht alle erhalten diese Möglichkeit, für diesen Preis dieses Programm zu erhalten, sondern nur die ersten 100 erhalten das Programm für 24,95 Euro. Ich werde den Rabattcode für genau dieses Programm an meine Newsletterliste versenden, sobald das Programm online ist. Also melde dich am besten jetzt noch an, dann erhältst du auch die E-Mail. Übrigens erhalten Ikonenschmiede Akademiemitglieder dieses Programm für 14,95 Euro. Es lohnt sich also, Mitglied zu sein, denn sowas wird es in Zukunft auch öfter geben, falls Bedarf besteht. So, lass uns beginnen. Was ist das Allerwichtigste, bevor wir mit den Werbetexten beginnen? Was ist das Allerwichtigste? Denk einfach mal nach. Ich möchte das so ein bisschen interaktiv gestalten, weil wenn ich ja einfach nur dir ständig was ins Ohr reinquatsch, dann bleibt es nicht so richtig hängen. Stell dir vor, du möchtest einen Werbetext schreiben. Du möchtest jemandem etwas verkaufen. Was muss da passieren, damit die Person überhaupt für sich selber erkennt, das ist für mich gemacht? Naja, Kontext und Relevanz. Kontext und Relevanz. Wenn du keinen Kontext hast, wenn du den Kontext deines Kunden nicht erfährst, wenn du nicht verstehst, was für ihn relevant ist, funktioniert nicht. Wenn ich dich nicht kenne, wenn ich mich nicht für dich interessiere, dann weiß ich nicht, was du willst. Ergo, ich kann dir kein attraktives Angebot machen. Oder ich manipuliere dich und dann kaufst du und bist unzufrieden und redest schlecht über mich. Ja, so funktioniert das. Also Manipulation im Verkauf, das mag wohl auf den ersten Blick funktionieren, aber auf den zweiten Blick ist es sehr, sehr schädlich. Deswegen Finger weg von sowas. Wenn dein Angebot für dich relevant sein soll, dann muss es den Kontext bedienen, in dem du dich befindest, in dem du auch eine Notwendigkeit verspürst, zu handeln. Welche Erfahrungen verknüpfst du mit dem, was dir vermittelt wird? Welche Bilder entstehen vor deinem geistigen Auge? Wie reagiert dein Körper, also dein Unterbewusstsein, auf diese Bilder? Spannende Frage. Wie reagiert dein Körper? Denn wenn wir ängstlich, wütend, frustriert oder auch arrogant und neidisch sind, dann werden wir auch in unserem Denken anders. Geh mal, wenn du schlecht gelaunt bist, einfach mal zur Massage. Schau dich mal dann genauer an. Also vor allem deine Körperhaltung und auch deine Gedanken. Die werden sich verändern, weil deine Physiologie sich verändert hat. Tony Robbins lässt grüßen. Also, wenn wir arrogant, neidisch, ängstlich, wüten oder frustriert sind, dann werden wir in unserem Denken sehr rigide, sehr steif, engstirnig, wenig kreativ. Und daraus soll etwas Kreatives entstehen? Natürlich nicht. Aber das ist natürlich ein anderes Thema. Abweichungen und Überraschungen von diesem geplanten Weg, den man sich vorstellt, werden dann als Gefahren wahrgenommen, wodurch die Abwärtsspirale noch mehr an Fahrt gewinnt. negativen Self-Talk und diesen ganzen Kram, der dann kommt. Gerade dann, wenn man aus der Linse der Angst und der Wut und des Neides oder der Gier versucht, Dinge zu erreichen, die dann aber nicht erreicht, dann ist man frustriert, weil diese, ja, diese Wünsche, diese Begierden nicht erfüllt werden können. Steifes Denken führt dann aber auch zu steifer Physiologie. Und du wirst dann auch gleich verstehen, warum ich das jetzt in diesem Kontext des Werbetextens anspreche. Man kennt das zum Beispiel auch von Cholerikern und Kontrollfreaks. Solche engstständigen Menschen haben keinen geschmeidigen Gang, während wütende Menschen Augenkontakt als Provokationen werten und auch ängstliche Menschen sich kleiner machen, um harmlos zu wirken. Also wie wir denken, wie wir fühlen, beeinflusst auch, wie wir handeln. Komisch, ne? Wie wir uns auch verhalten, wie unser Körper sich auch zeigt, welche Körperhaltung auch präsent ist, permanent. Wenn wir an eine Situation erinnert werden, in der wir auch negative Emotionen erfahren, das kennst du bestimmt auch selbst, dann reagiert auch unser Körper. Sehr logisch. Aber ich lasse, ich möchte dir das gerne mal erklären, wenn du mich lässt. Dein Unterbewusstsein, das hatte ich jetzt schon angesprochen, denkt in Bildern und reagiert auf Bilder. Worte, aber nicht. Wie? Dein Unterbewusstsein, was? Mein Unterbewusstsein reagiert doch auf Worte. Ich meine, ich höre dir zu und ich spüre da ja, da ist da irgendwas passiert. Ja, schon. Aber Worte, die zu inneren Bildern werden und eine frustrierende Situation erinnern, lassen den Körper auf dieselbe Art und Weise, wie damals reagieren, als man genau diese Situation erfahren hat. Das heißt, die Worte, die müssen zu inneren Bildern führen. Ansonsten sind sie leere Worte. Und das Schöne ist, eine bloße Vorstellung kann bereits den Körper reagieren lassen. Nur die Vorstellung von etwas Schönem, die Vorstellung von etwas Schlimmem können den Körper reagieren lassen. Deswegen haben wir ja auch so eine Stress-Epidemie in unserer Gesellschaft. Stress, Stress, Stress. Und natürlich auch Angst, weil man sich zu viele Gedanken darüber macht, was schief gehen könnte. Oder man zu sehr in der Vergangenheit sitzt und verweilt und sich in dem suhlt, was früher passiert ist. Und weil man es so negativ interpretiert, es einen heute immer noch mitbestimmt. und das ist eben auch wieder interessant, weil plötzlich durch ein paar Worte wieder all das real werden kann, was eigentlich schon so weit weg erschien. Wie die Träume, die du hast vom Künstler-Dasein, die Probleme, die einen davon abhalten, das zu verfolgen. Das alles versucht man irgendwie unter den Teppich zu kehren, wenn man nicht weiß, wie man damit umzugehen hat. Und unterm Teppich, da bleibt es. Aber du siehst diesen Knäuel unter dem Teppich, den kannst du nicht übersehen und der wird natürlich dich immer wieder daran erinnern. Dieses kleine Stechen, dieses kleine Gefühl, das dich daran erinnert, ah, das ist irgendwie nicht der richtige Weg. Da ist irgendwas. Im Werbetexten wird deshalb die Problemsituation so explizit und bildhaft wie möglich auch angesprochen, damit die Person sich daran erinnert, etwas ändern zu müssen. Aber bitte nicht zu viel. Manche Werbetexte neigen manchmal dazu, etwas zu bildhaft und zu direkt zu beschreiben. Einfach damit der Leidensdruck groß genug ist, sodass der Leser sich endlich auch entschließt, seine träge Masse in Bewegung zu versetzen. Je größer der Leidensdruck, umso schneller kann man natürlich auch die Person dazu motivieren, etwas zu tun, weil dort weiterhin zu verweilen, ist natürlich zu schmerzhaft. Auch die Folgen des Nichthandelns werden deshalb gerne referenziert. Was passiert, wenn du nichts tust? Was passiert, wenn alles so bleibt wie bisher? Du möchtest etwas, hast allerdings diese eine Sache noch nicht erhalten. Du glaubst, dass dieser eine Grund daran schuld ist, warum du diese eine Sache noch nicht hast. Doch ehrlich gesagt ist es etwas ganz anderes. Das bedeutet auch, dass du überhaupt gar keine Schuld daran trägst. Den tatsächlichen Grund für dein Problem können wir auf folgende Weise lösen. Eine ganz einfache Art und Weise. Und ich kann dir dabei helfen, die Sache aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten, damit du endlich dort ankommst, wo du sein möchtest. Gehe diesen Schritt, um einfach, sicher und schnell zu beginnen. Ja, wie haben jetzt diese Zeilen auf dich gewirkt? Das wäre jetzt für mich interessant zu sehen und zu hören. Bitte hinterlass mir auch gerne Feedback unter at die Grundschmiede auf Instagram. Denn jetzt möchte ich ein bisschen konkreter werden. Denn was wir gerade getan haben, ganz allgemeines Werbetexten, ganz allgemeine Sprache, Argumente, die in effektiven Werbetexten immer wieder auftauchen. Lass uns konkreter werden. Du möchtest von der Kunst leben, hast es allerdings noch nicht geschafft. Du glaubst, dass es darin liegt, weil du von keiner Galerie offiziell vertreten wirst. Doch ehrlich gesagt, ist eine Galerie keine Garantie dafür, irgendwann und irgendwie von der Kunst leben zu können. Dem stimmst du mir bestimmt zu. Das bedeutet auch, dass du nicht weiter darauf warten musst, entdeckt zu werden. Was dich tatsächlich davon abhält, Kunst zu verkaufen, ist, dass du bisher keine Gedanken dir darüber gemacht hast, wer dein idealer Kunde wäre. Am besten wäre es, ein klares Bild von deinem idealen Kunden zu entwickeln, damit du deine Kunst direkt an genau diese Menschen verkaufen kannst. Ich zeige dir in unter 15 Minuten, wie du deinen Traumkunden findest, ohne jemals eine Galerie betreten zu müssen, damit du endlich deinen Traum zur Realität machen kannst. Klicke hier, um jetzt kostenlos zu starten. Ja, du wusstest, was kommt, nicht wahr? Trotzdem warst du sofort drinnen. Sofort hast du gefühlt, ja, es geht hier um mich. Das liegt auch daran, dass diese allgemeine Sprache im ersten Teil, die ich jetzt genutzt habe, um diese Struktur zu zeigen, eine fast hypnotische Wirkung hat. Und das nennt sich auch Trance-Sprachenmuster. Da gibt es diese Milton-Sprache, da kannst du ein bisschen mehr eintauchen, war so ein bisschen nerdy, werden möchtest. Aber man kennt es ja aus der Politik, da wird viel gesagt und wenig vermittelt. Und da merkt man wieder, wie mächtig auch Sprache ist. Sprache ist mächtig, weil sie bestimmt, wie wir unsere Realität wahrnehmen. Sprache kann aber auch sehr destruktiv genutzt werden, was uns ja eben bekannt ist. Werbetexten bedeutet sprachlich eben auch den Kunden dort abzuholen, wo er gerade ist, um ihm dabei zu helfen, dein Produkt als bestes Vehikel zu betrachten, das ihn genau dorthin bringt, wo er sein möchte. Und jetzt denkt man sich, was? Das ist doch jetzt hier kein Reiseunternehmen. Nein, hier geht es darum, im Geiste die Person dorthin zu führen, wo sie sein möchte. Ja, Menschen wollen gelassen sein, Menschen wollen sich an schöne Dinge erinnern, Menschen wollen sich an ihre Erfolge erinnern, Menschen wollen sich einfach nur immer und immer wieder mit gewissen Prinzipien auch auseinandersetzen. Am besten sieht man das zum Beispiel in diesem Trend der stuischen Philosophie. Da wird so viel darüber geschrieben, da wird so viel darüber gesagt, sodass es mittlerweile sogar Poster dazu gibt. Auch Schmuck gibt es dazu, die symbolisch wirken für genau diese Tugenden, für Weisheit, für Mut, für Disziplin auch, für Gerechtigkeit. Und dahinter steckt so eine tiefe, wichtige und auch sehr reichhaltige Philosophie. Und so kann eben ein kleines Poster, eine kleine Zeichnung auf einmal ganz, ganz viel Bedeutung haben. Eine ganz, ganz tiefe Bedeutung auch. Und so wird auch dieses Kunstwerk zu einem Vehikel, um mich immer wieder zurückzubringen in diese Philosophie, mich immer wieder daran zu erinnern, welchen Idealen ich tatsächlich folgen möchte, mich immer wieder auch mitnimmt auf eine Reise, die ich so vielleicht selber gar nicht antreten würde. So wird aus einem Ich-möchte ein Ich-brauch-das-unbedingt, wenn ich merke, dieses eine Ding ist das beste Vehikel, um mich dort hinzubringen. Aus einem Ich-möchte wird erst dann aber ein Ich-brauche-das-unbedingt, wenn kein anderes Produkt mehr in Frage kommt. Wenn kein anderes Produkt mehr in Frage kommt. Wenn keine andere Kunst dieses besondere Gefühl vermittelt, damit dein Kunde die magischen sechs Worte spricht. Die magischen sechs Worte. Dazu kommen wir noch später. Davor braucht er allerdings ein gewisses Bewusstsein. Wir hatten auch in diversen anderen Episoden schon darüber gesprochen, dass es gewisse Bewusstseinsgrade gibt eines Kunden. Problembewusstsein, Lösungsbewusstsein, Produktbewusstsein, Kaufbewusstsein und so weiter und so fort. Und deswegen ist hier auch der Punkt wichtig, dass man versteht, wo sich der Kunde überhaupt gerade befindet. Hat er überhaupt für sich selber angenommen, dass du eine Lösung hast? Falls ja. Oder dass du überhaupt verstehst, welche Lösung er möchte? Falls ja. Dann kannst du ihm das Produkt vorstellen. Das Produktbewusstsein deines Kunden ist nur dann befriedigt, wenn du sowohl in die Breite als auch in die Tiefe mit deinen Inhalten gehst. Und das ist etwas, das du wahrscheinlich so in der Form nirgendwo zu Gesicht und zu Ohren bekommst und zu Augen bekommst. Du wirst das nirgendwo lesen, weil das sehr High-Level-Prinzipien-Denken ist. Also was im Werbetext normalerweise nicht so explizit angesprochen wird. Denn es gibt unterschiedlichste Formen von Inhalt. Ein Inhalt wird nicht ausreichen für jeden Kunden. Also alles Relevante rund um dich und deine Kunst ist erstmal interessant und dann geht es da auch um in die Tiefe zu gehen bei den wirklich bedeutungsvollen Inhalten und Dingen. Also für den Leser muss es dann an der Stelle aber auch bedeutungsvoll und relevant sein. Weil wenn ich dir alles Mögliche über mich und meine Arbeit auch erzähle, dann wirst du sicherlich nur weniges davon wirklich interessant finden. Seien wir mal ehrlich. Und wenn ich dich aber ständig mit allen Infos über mich, meine Person und meinen Alltag zuballere, dann wird das zu 90% der Zeit für dich uninteressant sein. Außer du hast irgendwie besonderes Interesse daran, wovon ich jetzt nicht ausgehe. Und wenn du dann immer wieder das siehst, 90% der Inhalte einfach nicht für dich interessant sind, dann wirst du irgendwann auf Inhalte wechseln, die dir mehr zusagen und die dich interessieren. Deswegen ist es sinnvoll, Marketing aus der Sicht des Produzierens zu betrachten, sondern auch des Zuhörens. Viel zu viele Marketing Tipps und so sprechen immer wieder davon, ja diese Taktik, diese Taktik, diese Strategie, ja das ist schön und gut, aber was genau mache ich damit? Welche Inhalte kommen denn da rein? Und das kann man erst wirklich herausfinden, wenn man den Leuten zuhört. Marketing ist 80% Recherche und 20% Schreiben, womit keiner rechnet, sind aber dann noch die 10% Korrektur, die oben drauf kommen, wenn alles dann schon längst fertig sein sollte. Und das ist halt einfach immer so. Aber damit das alles ein bisschen einfacher geht, gibt es heute auch im Marketing Mittwoch unserer Veranstaltung in der Ikonenschmiede Akademie für alle Akademiemitglieder ein exklusives Modell, mit dem du Werbetexte auch schnell und einfach korrigierst. Das ist so eine Art Leitersystem, da gehst du durch, da gibt es gewisse Punkte, die du dann scannst. Es gibt gewisse Kategorien, nach denen man dann auch diesen Text dann auch bearbeitet und korrigiert, sodass am Ende ein effektiver und runder Text rauskommt, der nicht zu viel und nicht zu wenig Worte in sich trägt. Aber das erfahren dann die Akademiemitglieder heute im Marketing Mittwoch um 17 Uhr in der Community. Freue mich schon. Aber die meisten machen trotzdem eben den Fehler, einfach mit dem Schreiben so anzufangen, ohne Recherche. Recherche ist genau das Stichwort, das Stichwort, das die wenigsten mögen, weil Recherche ist so trocken. Aber wenn man wirklich die Recherche betrachtet wie ein Detektiv, dann wird man sehr, sehr viele interessante Dinge auch herausfinden können, die genau das, was man kommunizieren möchte, dann auch in den richtigen Rahmen bringen. Recherche ist aber auch nur so effektiv wie die Relevanz der Quelle selbst. Einfach jeden zu befragen, wie Mama und Papa, macht natürlich wenig Sinn, wenn man eine ganz bestimmte Themenwahl hat und dafür auch eine ganz bestimmte Zielgruppe sich ausgesucht hat. Und da können so Dinge helfen wie Newsletter und der direkte Kontakt zu Interessenten und Kunden, das ist wirklich so der Growth Hack schlechthin, auch so ein Begriff, den ich nicht so gerne nutze. Und welche Hacks und Tricks kann man davon ausgehen, dass es nichts langfristiges ist. Aber hier geht es darum, zu verstehen, was genau für deinen Kunden interessant ist. Je besser du das verstehst, umso einfacher kannst du den Leuten etwas anbieten, das genau ihrer inneren Welt halt auch entspricht. Ein Themenbereich, eine Zielgruppe, das ist jetzt zuerst mal der Startpunkt. Und dieser Zielgruppe zeigt man die Kunst, die inspiriert ist von den interessanten Facetten des eigenen Themenbereichs. Nochmal, dieser einen Zielgruppe, die man sich ausgesucht hat, zeigt man dann die eigene Kunst, die inspiriert ist von den interessanten Facetten deines Themenbereichs. Also raus aus dem Kopf, reinfühlen in die Facette deines Themas und die Inspiration dann auf Leinwand fließen lassen. Es ist ja einfach schon mal ein schöner Gedanke mit einer Intention zu beginnen. Aber eine Intention allein reicht erstmal nicht aus. Man muss diese Intention, diese Absicht, mit der man in Dinge rein startet, egal ob es die Kunst ist oder das eigene Leben, dann erstmal eine Struktur zur Verfügung geben, sodass diese Intention dann auch zu einem erfreulichen Ergebnis führt. Intention und eine Struktur ist nett, aber nicht wirklich effektiv. deswegen reinfühlen in die Facette deines Themas und die Inspiration auf die Leinwand fließen lassen, aber natürlich auch innerhalb deiner technischen Finesse, so wie du das dann auch künstlerisch umsetzen möchtest. Aber Feedback wird dir zeigen, was der nächste sinnvolle Schritt ist, um Verkäufe dann auch zu steigern. Weil es ist ganz einfach, wenn mein Produkt, wenn meine Kunst, wenn deine Kunst immer relevanter wird für deine Zielgruppe, dann ist natürlich ganz, ganz logisch, dass diese immer mehr sich darin erkennen werden, immer höheres Bedürfnis und einen höheren Bedarf auch entwickeln, genau für das, was du ihnen bietest und dann auch in der Konsequenz mehr bereit sind zu zahlen. Das nennt sich auch Preiselastizität. Das wäre mir fast der Begriff entfleucht. Dazu hatte ich auch schon mal einen Artikel geschrieben auf der Ikonenschmiede-Blog, den muss ich mal ein bisschen wieder aufleben lassen. Aber Preiselastizität bedeutet, dass man eher bereit ist, viel Geld auszugeben für Dinge, zu denen man einen hohen emotionalen Bezug, einen intensiven emotionalen Bezug quasi herstellt. Vor allem dann, wenn es mit der eigenen Identität zusammenhängt. Zum Beispiel, wenn man sich selber als Mountainbike-Fahrer sieht, dann wird man sicherlich mehrere Fahrräder besitzen, auch wenn man vielleicht in einer WG wohnt. Und dann hat man Fahrräder für 5.000, 7.000 Euro daheim stehen und das ist dann so ziemlich das Teuerste, was man besitzt. Und das ist einfach beschreibend für die Art und Weise, wie Preiselastizität funktioniert. Das hat nichts mit Angebot und Annahme oder so was oder Nachfrage zu tun. Ganz im Gegenteil, das hat mehr mit der emotionalen Konstitution der Person zu tun und wie hoch der Wert ist, den sie ihrer eigenen, ihren eigenen Interessen und Bedürfnissen auch zuschreibt. Deswegen ist hier dann auch wichtig, Muster zu erkennen. Du kannst dann Fragen stellen, du kannst das Feedback nutzen, um dann auch ganz genau herauszufinden, was genau denn sie mit dieser einen Sache verbinden. Oder wenn du zum Beispiel eine neue Serie erstellt hast, die sich mit einem gewissen Thema ganz speziell beschäftigt, dann kann man zum Beispiel per Newsletter einfach die Frage rausschicken, was ist die eine Sache, die dich an der letzten Serie begeistert hat. Die kann man anonym beantworten lassen mit Google Forms, da musst du nicht meinen Cent ausgeben, das geht wirklich einfach und dann wirst du da schon die richtigen Formulierungen finden. Aber auch da musst du vorsichtig sein, nicht einfach jede Formulierung nehmen, sondern das, was wirklich auch dem entspricht, in welche Richtung du dich auch entwickeln möchtest. Werbetexten und Recherche bedeutet nicht, dass man einfach willenlos dem Wunsch des Kunden folgt, sondern den Mittelweg findet, die Schnittmenge, in dem man dann auch kreativ sein kann und dem Kunden neue Sichtweisen präsentiert. Sobald du da Muster erkennst, wirst du auch Formulierungen entdecken und du wirst der Sache näher kommen. So viel ist sicher. Ganz, ganz einfach. Ist deine Technik für deine Interessenten faszinierend? Findest du das heraus aus deiner Feedback-Recherche? Dann mach dazu einfach mehr Videos und beschreibe den Prozess im Detail. Sind deine Texte rührend? Sind sie besonders, schaffen sie besondere Reaktionen? Dann schreib einfach längere Blog-Beiträge für deine Liste. Oder finden sie vielleicht deine Geschichte interessant, deine persönliche Geschichte? Dann frag doch jemanden mal, ob er dich vielleicht live interviewt. Aber auch thematisch wirst du hier viel, viel mehr erfahren können, wenn du dir die Mühe machst, einfach zuzuhören. Einfach zuhören. Heute wollen alle, wollen irgendwas sagen. Jeder hat irgendeine Meinung. Jeder will sie ungefragt in die Welt rausposaunen. Viel wichtiger wäre es einfach zuzuhören und sich die Frage zu stellen, was von dem, was ich zu sagen habe, ist wirklich relevant. Weil, glaub mir, auch ich habe ziemlich viele dumme Gedanken. Deswegen einfach hier der Hinweis. Marketing bedeutet zuzuhören und erst dann eine Lösung anzubieten. Nur Scharlatane verschreiben Arznei, ohne vorher das Leiden des Patienten zu verstehen. Der Patient fühlt sich sicher und verstanden, nur dann, wenn der Arzt versteht, was dem Patienten vor sich geht. Das macht ja auch irgendwie Sinn. Aber wie zeige ich dir, dass ich weiß, was in dir vor sich geht? Tja, was geht in dir vor? Wie kann ich das dir zeigen? Indem ich dein Leiden genauso beschreibe, wie du es erlebst oder vielleicht sogar auf eine bildhafte Art und Weise, die du so in der Form noch nie gehört oder gelesen hast, aber genau das trifft, auf den Kopf trifft. Ich zeige dir dann auch die Irrwege auf, die du bisher gegangen bist und was diesen Schmerz zur Folge hatte. Aber du bist nicht schuld daran, denn ich helfe dir, neue Wege zu gehen. Das ist kein Problem und kein Fehler, etwas mal nicht richtig gemacht zu haben. Aber es ist ein Problem, wenn man diesen einen Fehler immer und immer wieder macht. Wenn nun Kunst die Aufgabe hat, positive Veränderungen zu inspirieren, dann sind Perspektivwechsel spannend, um Hindernissen eine völlig neue und auch vorteilhafte Bedeutung zu verpassen. Und da wären wir eigentlich bei dem, was wir verursachen wollen. Ein Aha-Moment, das ist das Ziel. Und schon tanzen dann die kleinen Dopaminrezeptoren in deinem Hirn hin und her, sind ganz glücklich über diese Erkenntnis. Und so ist es eben bei Erkenntnissen, die uns erlauben, auch persönlichen Ballast abzulegen. Deine Kunst kann daran erinnern, diesen Ballast liegen zu lassen oder der neu gewonnenen Perspektive mehr Aufmerksamkeit zu schenken, wie ich es eben vorhin auch schon in meinem Beispiel angesprochen habe mit dieser historischen Philosophie. Dein Kunde ist nun kaufbewusst, weil es er eben auch weiterliest. Dein Produkt, das Produktbewusstsein, darüber hat er jetzt viel erfahren. Jetzt ist er interessiert, aber irgendwie noch gehemmt. Das kennst du bestimmt selber auch. Du folgst jemandem, bist begeistert von seinen Inhalten, denkst dir, ja eigentlich sollte ich diesen Schritt gehen. Eigentlich ist es genau das Richtige, aber ich weiß nicht, ob das wirklich für mich gedacht ist oder wie funktioniert es mit der Bezahlung. Du bist interessiert, aber noch gehemmt. Widerstände, Einwände, Sorgen, darum geht es nun. Und erst jetzt geht man dann auch genau in diesen Abschnitten in die Tiefe. Macht ja auch keinen Sinn, bei der Vorstellung des Themas schon über Versand zu sprechen. Ja logisch, ne? Dass sich da halt auch der Kunde davor überhaupt nicht sicher sein kann, ob er überhaupt deine Kunst will oder nicht. Macht ja Sinn. Je nachdem, wo der Kunde steht, variieren natürlich auch die Inhalte. Mal kurz, mal lang, mal oberflächlich, mal tiefsinnig. Werbetextmodelle, wie du sie in der Kunstschmiede Akademie kennenlernst, sind dann quasi so eine Art Gerüst, um alles in eine sinnvolle Reihenfolge zu packen. Hier ist aber nicht damit geholfen, wenn du einfach das AIDA- oder Paso-Modell nutzt, wenn du den Prozess der Veränderung nicht verstehst. Beschreibe einfach ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, was deine Kunst besonders macht und dann klatscht es auf deine Seite. Ja, das werden dir Amateure als Ratschlag geben. Leute, die keine Ahnung von Werbetexten haben und sich dann darüber wundern, dass nichts passiert. Welchen Ratschlag die eine Werbetextlegende dir stattdessen geben würde, erfährst du in der nächsten Episode. Außerdem erfährst du auch die heiligen sechs Worte, die ich schon angesprochen habe, die dir einen sogenannten Proof of Concept beweisen werden. Der Moment, wenn du weißt, endlich bin ich auf dem richtigen Dampfer. Das und wie du offline an Kunden kommen wirst, das erfährst du in Episode 270 des Kunstverkaufen Podcasts, denn in der nächsten Episode 269 da gibt es wieder ein Interview mit einer neuen Alumni aus der Kunstschmiede Akademie. Also sei gespannt. Ich wünsche dir den Erfolg, den du dir wünschst und danke fürs Zuhören. und danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Vielen Dank.